Hallo Leute und damit recht herzlich willkommen hier zurück zu Arion. Wir müssen hier einen Triceratops töten. Wie, was hast du da gemacht? Du warst gerade irgendwie mit so einem komischen Ding. Ey, was? Keine Ahnung, über dir war so ein komisches Zahnrad. Enemy spotted. Ah, cool. Frag mich nicht, wie das ging. Ah, mit Z. Enemy spotted. Enemy spotted. T ist der Global Jet, R ist die Reload. Oh, geht schon weiter. Hacking fire. Lol. Was ist denn das? Was mache ich denn da? Ich spiele in third person. Wie hast du das gemacht? Ich stehe hinter mir. Frag mich nicht. Ich habe einfach mal wild alle meine Tasten durchprobiert. Ich stehe hinter meinem Mann. Richtig creepy. Alter. Ich will umschalten. Mit J. Mit J. Mit J. Mit J. Mit J macht da irgend so eine komische Ange. Lol, mit K. Ist irgendwas komisches? Ja, da schmeißt der Gold auf den Boden. Warum? Nein. Ist das mein Gold? Keine Ahnung, aber der Triceratops ist gleich down und wir helfen denen. Ach, Credits, 19.000. Oh, wir haben gewonnen, der Triceratops ist down. Oh Gott, das ist ja mein Geld. Du Pena, gib mir mein Geld zurück. Ich hab dir ungefähr 5.000 gegeben. Wo sind denn die? Frag mich nicht. Objective, 0%. 0%, ja. Einer noch. Klau mir nicht mein Geld. Alter, mal läuft ein Übel schnell. Ich find die Grafik irgendwie richtig komisch. Die sieht jetzt nicht unbedingt billig aus, aber auch nicht irgendwie so unbedingt toll. Gegen die Sonne ist lustig, Sean. Lol. Kommen du dir zu Kreise? Hm. Return to face. Lol, willst du mich verarschen? Ne, ich geh nicht zurück. Ich bleib hier irgendwo. Auf jeden Fall will ich mein Geld wieder haben von dir. Das hast du dir getitelt, ja? Lol. Da fliegt er an mir vorbei. Der ist ja schnell. XP Games 707. Warte mal, ich disconnecte mal schnell. Nein, gib mir davon mein Geld wieder. Ah ja. Bibeldeal left the game. Bibeldebubeldebusch. Und exit. Und jetzt starte ich das neu. Weil ich hatte keinen Ton mehr. Wow. Kein Ton. So schaut's aus. Press E to enter. Ich konnte gar nicht entern. Jetzt wieder das Werte 3 gesichtert, das Bild. Woaah. Orion Pre-Dude. Wie soll das heißen? Wave 4 incoming. Was ist das Ziel von dem Spiel? Ich weiß es nicht. Ah, das ist auch bei Unreal Technology gepowert. Und jetzt? Keine Ahnung. Welches Spiel ist denn noch von Unreal Technology? Borderlands. Im Ernst? Lol. Play. Ah, nein. Friends. Join. Join, join. Connecting to server. Come. Hi. Hi. Was stand bei dir? Hi. Ne, da stand help. Ah ja, ich hab aber dann hi geschrieben. Ne, steht noch nicht. Ah ja, jetzt hat es jedenfalls Katino Bildschirm. Wie will die enter the game? Thanks, schreibt er. Support Class Raccoon. Restore Generator. Generator offline in 3 Minuten. Two Dinosaurs remain. N, schreibt er. N. Ich glaub, die meinen mich. Lol, ich kann so rumfliegen. Beep, beep, macht's. Beep, beep. Lol, die stehen beim Power Generator. Ja. 100%. Und chillen da ihr Leben. Krass. Wir treffen ihn hier doch am Himmel nie. Nice. Yay. Ich lebe. Yay, ich bin im Auto drin. Weapons. Wo kam er denn da? Ich bin hinten drauf auf dem Auto. Alter, als Sekundärwaffe. Wuhu. Alter, richtig. Alter, sind die Waffen teuer. Ja, du hast erstmal voll viel Geld vor mir geklaut, ja. Ich hab 3.000. Ich hab 3.000. Kann man den Leuten healen? Ich will den töten. Lol. Ich will sein Auto sprengen. Lol. Hä? Get in position. Nein, lass mich bei dir hinten drauf. Lass mich drauf, lass mich drauf. Okay, ich bin hinten drauf. Wir fahren jetzt ein bisschen rum hier. Los geht's, los geht's. Ach, das ist auch so eine gammelige Steuerung. So wie bei Borderlands. Warte, schieß die ab. Double Kill. Was? Octa Kill? Fahr mal das Auto ein bisschen weg hier. Oh Gott. Lol, ich hab ein Triple Kill. Aber ich bin tot. Ich hab ein Octa Kill gemacht. Aber hier sind so viele. Nice! Lol, ich seh keine Gegner und ich bin tot. Ich bin unsichtbar. Warum bist du unsichtbar? Ich weiß es nicht. Wenn ich auf Steuerung drücke, dann werde ich unsichtbar. Lol, der hat mich wiederbelebt. Dankeschön. Kein Problem. Alter, die laufen so schnell. Five Dinosaurs Remain. Four Dinosaurs Remain. Nice, den hab ich erwischt. Aber nur einmal. Nice. Zweimal. Warum glitzere ich grün? Nochmal. Alter, die fliegen so schnell. Richtig übel. Aber das grüne Ding hier müssen wir beschützen, oder? Zweimal hab ich ihn nochmal get... Ja, ich glaub schon. Das ist unser Generator. Ansonsten können wir nicht mehr Fernsehen schauen. Nochmal. Nice! Ich muss jetzt mal die Grafikeinstellung ein bisschen weiter nach unten schrauben. Warum? Jedes Mal, wenn ich irgendwas töte und dann irgendein Achievement krieg, dann haltet mein Spiel kurz an. Frag mich nicht warum. Ich stelle meine Auflösung hoch auf 1600 mal 900. Ist bei mir schon. Nee, bei mir. Ich weiß nicht, was der für Einstellungen hatte. Fangen wir wieder ein bisschen Auto. E to enter. Bei mir übernimmt er gerade Einstellungen und hängt. Oh, ja, so gefällt mir die Auflösung. Jo. Ich denke... Ich denke schon, dass alle deutsch sind. Aha! Hey, bleib still! Okay, komm her. Wave 6 incoming. Komm. Protect our base. Wo fahren wir denn hin? Wee! Da ist einer. Fahren wir zusammen. Ich habe einfach mal ein Triple Kill gemacht. Richtig nice. Komm, wir töten ihn davon. Wuhu! 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 Was ist das für ein Spiel? Wuhu! 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 Ich bin schon gestorben. Ich bin schon komplett gestorben. Wuhu! Ich wurde wiederbelebt. Alter! Wichtig nice. Wichtig nice. Wuhu! 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 Das stimmt! Ich will wieder ein Auto. Ich will wieder Multi-Kills. ingressen. Stopping Power. Double Up. Cowboy. Aha. Pistol Thirdly. Run. Die schaut doch mal nice aus. Purchase owned. Naa enrichner. He, wo krieg ich Munition her? Pfff, weiß ich auch nicht. So. Dann let's go, let's go. Alter, aber Waffe wechseln geht endschnell. Wo wechseln wir eine Waffe? Mit Mausrad. Ah. Ah, die habe ich. Was kaufe ich mir dann? Secondary, Primary. Ich habe die dritte. Die für 5500. Hab ich mir auch mal gekauft. Alter, das geht ja fast zu schnell. Das ist anstrengend, sagt er. Alter, wir müssen auch dahinter zu dem Stegosaurus. Da brauch ich ja eine halbe Ewigkeit. Ja, aber das ist unser Ziel, den müssen wir töten. Ich will ein Auto. Alter, jetzt regnet. Ich will ein Auto. Aber die Regengrafik ist nice. Oh, da ist ein Viech. Ich will ein Auto. Oh, es hängt. Aha. Ja, bei mir hängt es auch immer, wenn ich irgendeinen Tiefmann kriege und du stirbst. Leute, ich bin fast tot. Ich weiß. Wann regeneriere ich wieder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da drüben 500 Meter von mir weg einer gestorben. Hat man hier irgendwie unbegrenzt Speed. Also, dass man schnell laufen kann. Geil, wieder tot. Ja, nice. Was macht er denn jetzt? Jetzt ist bei mir voll die Slow-Mo. Ja, teammate down, hat er gerade geschrien. Ja, und? Oh, weiter geht's. Mir doch egal. Kommt das jedes Mal, wenn irgendwer down ist? Oh, ich kann nicht healen. Oh Gott. Jetzt kommt gleich wieder teammate down. Fight to survive. Oh mein Gott. Ich freeloade. Ich penne. Let's go. Tschüss. Ja, bei mir kommt jetzt auch gleich teammate down. Loll, wieso hab ich für die keine Waffe, äh, wieso hab ich für die Munition, wieso hab ich für die keine Munition? Hahaha. Was geht denn da? Ich glaub ich hab einen Flammenwerfer. Hey, da ist ein Buggy. Oder ein Bulldozer. Brrm, brrm, brrm. Das Auto ist nice, ich hol dich mal ab. Wen? Dich, oder wo bist du? Fort. Achso. Ich hab ein nicees Auto. Return to base. Ich komm mit meiner base zum Auto, äh, ich komm mit meiner base zum Auto, ja genau. Ich komm mit meinem Auto zur base. Richtig geiles Auto. Hey, ich leb wieder. Komm, steig ein. Nice, jetzt darf ich mir Waffen wieder alle neu kaufen, oder was? Steig ein, du Penner. Aua. Ja, warte, ich brauch halt mal Waffe wieder. Oh, ich häng fest. Hä, wo gibt's den Waffengleiter? Ach, da hin. Ups. Nooo. Ich häng fest. Richtig gut. Lol, ich hab ne Waffe auf dem Boden gefunden. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Wie komm ich denn? Alter. Rette mein Auto. Das gute Auto. Das hat ne Panzer. Komm, lass mich da rein in das Auto. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt bin ich wieder draußen. Jetzt bin ich am Beifahrer. Das kannst du ja vergessen. Ja, freu das Auto mal frei, bitte. Schaffst du schon. Alter, so behindert. Das kannst du vergessen. Ja, wir müssen unsere Base auf jeden Fall mal protecten. Was ist denn die Base? Ist das der Power Generator? Ja, ich glaub schon. Ach, der nächste stirbt schon wieder. Lol, der hat ja wirklich nen Panzer. Richtig übel. Ich mach ja Schaden ohne... Lol, das finde ich kommt auf mich zu. Komm, ich will schießen. Lass mich schießen, der ist so schnell down. Ja, sag ich doch, der ist so schnell down. Oh Gott. Jetzt bin ich schon wieder tot. Das gibt's doch nicht. Leute, schießt. Ich hab so viele getötet und dann bin ich gestorben. Ja, bei mir genauso. Ich hab den einen alleine getötet und jetzt bin ich grad gestorben an nichts. Ah, danke. Das hat mich wiederbelebt. Nein, wiederbelebt dich doch auch. Hallo? 32 Meter von mir entfernt. Bist du tot? Ja. Ihr wart zu langsam. Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, man kann aber nur so als so'n... ...Heiler denken. Ne, reviven kannst du immer. Mit E. Gut, dann spektakten wir halt wieder. Ihr macht halt einfach kein Damage. Nooice. Ich hab den Dicken getötet. 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 Oh, da liegt was. Oh, da liegt was. Oh, da ist auf. Der Chill-Dings-Footzie hat's aufgehoben. Ich hab den Dicken getötet. Ich hab den Dicken getötet. Loll. Loll. Jetzt hab ich nochmal 5 Waffen auf dem Boden gefunden. Ja, aber ich kann immer nur 3 behalten, glaub ich. Steht in Position. Oh, da sind schon bei Wave 7 oder so, oder? Oh, da liegt was. 1, 2. Wave 8 schon. Oh, da ist ein T-Rex. So gefallen mir die Waffen doch. Das sind schöne. Leute, da ist so'n richtig fettes Vieh. Oh, ich hab keine Muni für die. Das ist ja richtig übel Oh nein Da sind schon wieder so viel Kleins Bei mir auch Ich hab grad einen Multikill, aber Oh Gott, ich komm mal zu euch Wir kämpfen einfach zusammen Was ist damit? Fight to survive Ja, ich kann nicht fighten, wenn alle wieder wegrennen Ja, sobald man tot ist Rennen alle Viecher von einem weg Ja, genau Kannst du ja vergessen Oh, ich bin tot Da ist der erste tot Help Der ist 100 Meter weg Warum hilft er mir hier denn nicht? Junge Sind wir dann halt echt gleich alle tot Ja, jetzt leben nur noch zwei Leute Wer? Zwei Leute leben noch Ich glaub das ganze geht einfach so lange, bis alle tot sind Hä, wie kann ich denn jetzt halt jemandem anderen zuschauen? Hä, mit Mausrad Aha Gut Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal Und Dann schauen wir mal, ob wir dann weniger sterben Ob wir einfach viel defensiver spielen Weil jetzt ist der nächste Teammate schon wieder down Kannst ja vergessen so Jetzt darf der eine alleine spielen Jetzt ist der Power Generator auch kaputt Gut Gut Power Generator ist kaputt Jetzt warte ich eigentlich bloß noch drauf, dass der eine Lila Fuzzi noch stirbt Und dann kannst du die vergessen Ja Too large dinosaurs remaining Spawning more dinosaurs Richtig gut Ja gut Also dann Bis zum nächsten Mal Und Ciao Leute